Ja, hallo! Hier sind wir wieder mit Let's Play Super Mario Oh mein Gott, ein Schlosslevel Ich ahne Schlimmes Oh nein, bitte nicht Oh, na toll Na super Da ist ein Geisterhaus Kannst du den Ausgang finden? Na super Geh nicht verloren Oh, das hört sich ja super an Oh nein Safe State Den können wir ja gleich brauchen, hier So, jetzt geht's hier weiter Okay Tür Nummer 1 Gespeichert Hier musst du weiter gehen und dann durch die Tür Dann kommst du da bestimmt irgendwo wieder raus Ah jo, wenn man durch die Tür gehen will Ist ja klar Was auch ein bisschen nervt ist, dass diese Safe State übertragen so übelst lange dauert Da hätten sie sich für die nächste Version Ah, wahrscheinlich deswegen der höheren Version Und ist nicht mehr da So, Safe State Na, oh, na, klasse Hast du's grad gesehen? Nö, aber noch Hier führt es ins Nichts So, also hier führt es ins Nichts Und woanders führt es wahrscheinlich auch ins Nichts Ach, nee Was soll ich tun? Der Runterspringen Vielleicht ist der ja noch im Boden oder was Das bringt's nichts Schau Irgendwas muss da doch noch sein Aber das garantiert nicht So, jetzt sind wir wieder hier Also ihr seht, da unten ist nichts Ich frag mich grad ganz ehrlich Was das zu bedeuten hat Scheiße Oh, wieder Wo bin ich weiterkommen? Hey, warte mal Vielleicht muss ich auf den Geist springen Gut, das hat sich jetzt gebracht Das hat mir nur eine dumme Grimasse gebracht Ja Vielleicht auf den hier Aber nicht so Wieso stirbt er, wenn er einen Geist sieht? Ey, der ist Klempner Der braucht für sowas keine Angst haben Ach Okay Jetzt wär es nützlich zu wissen, was ich jetzt tun soll Da ist absolut nichts Da ist nichts Und wenn ich die Tür runterlaufe Dann bin ich hier unten Lauf mal Geradeaus Nach rechts Ne, da geht's nur ins Da geht's ins Ungewisse Genau So, der ist jetzt wieder so ein Ich guck mir jetzt lieber noch ein Let's Play an Wie dass ich hier weiter versuche, irgendwas zu tun, was ich nicht bewerkstelligen kann Also, wir sind gleich wieder da für euch Okay, es steht offiziell fest Der Video-Serie gefällt Oder Windfreak Wie ich hier überlege hier bin Und wenn ich hier bin, dann wieder hier bin Und wenn ich hier bin, dann noch ein Und wenn ich hier bin, dann wieder mal Und dann максим bin ich in der Nähe